Jetzt wird's richtig skurril. Aber wie? Aber wie? Aber was? Ah! Okay. Äh, hier. Stift. Es war ein Skalpel, hidden inside the Wall. Fertig. Das ist gut. So, muss man das ganz präzise machen, oder reicht das, wenn man... There you go, Mom. Are you okay? No. Oh, Gott. She... She... God. Oh Gott, was ein Horror. Mom, nein, was habe ich getan? Ich verbegebe dir. Okay. Schritt 2. Ein Kühlschrank. Da ist eine wunderschöne Skarab-Tippe. Entstanden. Da ist auch etwas hier an der Tür. Rule me, nemesis. Rule me, nemesis. Das ist wieder ein Rätsel. Ich gucke mir erst mal das Skarabius-Ding an. So, zeig dich mal. Warte. Ah, ja, die kleinen Käfer. Es hat eine kühlschöne Skarabius-Ding an. Ich brauche etwas schweres, um es zu brechen. Das Kombination macht keinen Sinn. Ah, hier ist ein Ausgang. So, warte. Kann ich hier irgendwas verschieben? Refrigerator-Magnets in der Form von Skarabius-Ding an. Die Skarabius-Ding an sind offen. Hopes in Jar. Ich bin nicht sicher, was alles zu machen. Ne, da kann man nichts machen. Okay, gut. Wir gehen erst mal wieder zurück. Hm. Hm? Oh, was ist denn hier hinzugekommen? Sieht, wie eine Postkarte hier auf dem Boden liegt. Ja. Hi, meine Kleine, ich lasse es mir in Mexiko gut gehen. Ich habe jetzt eine neue Familie und habe dich total vergessen. Ich habe nie auch nur eine Sekunde lang bereut, euch verlassen zu haben. Deine Mutter war eine Hure und dich habe ich eh nie wirklich geliebt. Mach's gut, Dad. An Catherine Rain, der Schlund, Kornwallwälder. Das ist ja mal... Ach, ja. Ja, aber es ist ihr eigenes Unterbewusstsein. Sie hat ja gesagt, der ist irgendwie abgehauen und lässt es sich bestimmt gut gehen. Oh. 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 You killed Mom. Äh. Nein. 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 Äh. Hier ist irgendwas. Ah. Ah. Okay. I've been angry with you for as long as I can remember. I've hated you. More than words can say. I will never forgive you, Dad. But I'm done being angry. I'm done with letting you have an impact on my life. Hm. Hallo, meine Tochter. Ich hätte das schon vor so langer Zeit tun sollen. Es gibt so viele Dinge, die ich dir sagen wollte. Du hast die zwei Brüder und eine Schwester. Sie fragen immer nach dir, ihrer großen Schwester in den USA. Dich zu verlassen war der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Bitte vergib mir. Und so ändert es sich, nicht wahr? Ja. Oh nein. Oh nein. Ein Sarg. Jetzt weiß ich, wer der kleine Junge ist. Den sie da gesehen hat auf dem Friedhof. Jetzt weiß ich, wer der kleine Junge ist. Jetzt weiß ich, wer der kleine Junge ist. Hmm. Hmm. Aber ich habe nichts anderes. Hmm. Aber ich habe nichts anderes. Ich sehe nicht, wie diese Dinge zusammenarbeiten. Es ist das rote Schraub, die ich im Refrigerator gefunden habe. Hier sieht man ganz schön aus. Ja. Ja. Gut, hier im Raum ist aber nichts, was ich zur Reparatur benutzen kann, ne? Oder? Oh, sie ist weg. Okay, hier hat sich nichts verändert? Nichts mehr. Nichts mehr. Unwahrscheinlich. So. Da ist auch nicht viel zu machen. Ja, müssen wir nochmal gucken, ne? Haben wir ja eigentlich nur noch jetzt eins. Hmm. The door is sealed by two thick chains attached with padlocks. Gears are moving behind the window. Hier ist nichts mehr, was ich aufheben kann. Keine Dahltonie. Ich kann noch nicht mehr raus, ne? Ne, ich kann nicht mehr raus. Gut, alles was ich zur Lösung brauche, ist hier. Es ist hier. Eine kleine Lampen. So, kann ich das da drauf schlagen? That combination makes no sense. Hmm. The door is sealed by two thick chains attached with padlocks. There are two padlocks here. One requires a key, the other is a combination lock. Der Code ist hier. Hm. Hm. Das passt ja nicht. Ich hätte jetzt gesagt Englisch hier, aber der Code ist hier. Der Code ist hier. Hier. Sorry, ich bin gerade voll in Gedanken. 4, 1, 2, 5. 4, 1, 2, 5. Kann das sein? Okay. 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 This padlock might be useful. So, stellen wir uns jetzt der letzten Aufgabe. Oh, will sie da wirklich reingucken? Sie muss ja, ne? Ja, aber wir haben keinen Schlüssel. Ja, mein Gott, schrei mich nicht so an. Wo kriege ich jetzt den Schlüssel her? Aha. Okay, das heißt. Gut, warum ist das jetzt hier? Ah. Du bist gar nicht so doof. Kleiner Schlüssel. Ja, ich wusste es. Das ist von... Ich weiß, ich weiß jetzt. Ja, ich weiß. Das ist das. Ich mine weiß. Du kommst nicht nach Hause. Wir werden nicht. Wenn du mich weggebracht hast, das Ort mich in nahm. Du hast mich gegründet, was du getan hast? Ich habe mich gegründet. Ich wünsche, dass Dinge anders sein könnten. Aber ich kann nicht die Vergangenheit verändern. Es ist Zeit, dass ich dich weggebracht habe. Oh-oh. Oh, Lilly. Oh, Lilly. Ich fühle mich, wie ich sie kenne. Aber etwas schlägt in mir. Ich verstehe nichts davon. Was willst du von mir? Nur was du von dir. Nichts mehr, nichts weniger. Wir sind zum Ende. Er ist bereit, zu sehen dich jetzt. Wer ist? Du kennst dich, Kathi. Ich kann nicht. Oh, okay. Gut. Wir haben uns unseren eigenen inneren Dämonen gestellt. Und jetzt können wir... ...Abschied von Opa nehmen. Ganz sicher. Scheiße, es ist lockt. Hä? Ich sehe nicht ein Kiegel. Es muss von der anderen Seite abholen werden. Ach nein, warum denn das jetzt noch? Ähm... Was machen wir jetzt? Äh... Ich dachte, wir könnten jetzt so richtig schön ins Ende reinlaufen. Schöne Videosequenz. Aber nein. Ich habe nichts mehr. Ich habe nur einen Stift. Ja, und jetzt? Brauche ich nicht mehr, oder? Okay. Now, what to do with the actual chain? Ähm... Ähm... ... 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 Okay. Alles klar, wir sollten gut gehen. Gut. Na dann fahr mal los. Oh nein, böse Kathy. Du, du hast alles verurteilt. Warum hasst du uns so viel? Was haben wir immer zu dir gemacht? Du bist persistente. Ich gebe dir das. Aber ich bin nicht mehr Angst. Ich sehe dich für was du bist. Du bist nichts, aber ein furchtiger kleiner Kind, und du hast nichts mehr für dich zu schützen. Jetzt komm aus meinem Weg. Nein! Du siehst ein bisschen pale. Nein, ich bin der Original. Ich bin. Das kann nicht passieren. Ich bin schweiflos. Das ist ein Erlebnis. Sie ist erwachsen geworden. Sie räumt mit ihrer Vergangenheit auf. Sehr geiles Spiel. Nein. Das kann nicht sein. Grandpa! Es ist so gut, dich zu sehen, Kathy. Ist es wirklich du? Du bist hier für all diese Zeit? Es ist nicht so lange, von meinem Blick. Du siehst genau das gleiche. Du hast nicht aufgetreten. Aber wie ist das überhaupt möglich? Du bist. Wir haben dich verletzt. Du hast dich. Du musst jetzt nicht überraschieren, Kathy. Ich habe dich, Grandpa. Ich wollte wieder so viele Male. Ich weiß, du hast. Ich bin ein bisschen tight. Ich bin so. Ich wusste wie duагst. Junge von Mom und alles drauf. Ich habe ja gesagt. Ich wollte für Leute. Ich wollte was gut für dich. Kann ich dich aus hierher? Ich weiß nicht, wie das alles läuft. Ich habe das nicht möglich. Ich nahe sein. Ich wollte hier sein. So wir noch einmal wieder. Aber ich habe dich. Ich kann dir nicht mehr wieder. Ich habe dich wieder. Du hast mir nicht mehr. Ich habe nie genommen. Du hast mir gedacht. Du bist stärker als du wirst. Ich bin so stolz von der Frau, die du geworden bist. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Ich weiß, darling. Ich weiß. Aber warum bist du hier dann? Ist das nur noch ein Test? Nein, die Tests sind vorbei, Kathi. Ich versuche alle die Regeln einfach nur hier zu sein. Wir haben so hart gearbeitet, um das zu tun zu machen. Du kannst es enden die Zeit, stoppen die Sufferung. Das ganze Ort muss sich ausgesprochen werden, separiert werden. Das Red Fiend hat keine Intention für deine Freundin gehen. Die einzige Weg zu retten ist, um diese Ort zu retten. Was muss ich tun? Du musst, was ich angefangen habe. Ascend, und schnapp sie alle. Ah, okay. Okay, okay. Ich muss die Blumen verbrennen. Okay, ich muss die Blumen verbrennen. Oh, das Gesicht da. Oh, mein Kopf. Das ist der schlimmste Händler. Ich muss mich fokussiert werden. Börn sie alle, Kathi. Börn sie alle. Börn sie alle. Börn sie mit Feuer. Es ist zu warm. Die Blumen wird alleine nicht mehr. Börn sie alle. 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 Oh, da hinten ist Feuer. Oh, thank goodness you're all right. You're back. We were worried about you. Oh, thank God it actually worked. Are you okay, E? I think so, but I feel a bit different. Yeah? You were out for a long time. Do you remember anything? I think Isaac drugged me. I started feeling dizzy and weak. He carried me into the woods. I remember hearing the wind in the leaves and the biting cold. There was a weird, sharp smell in the air, too. I'm not sure what happened next. Things are a bit blurry, but I had a strange dream. With a shimmering girl watching over me. It felt like she kept me safe somehow. Then I woke up on this couch. It must have been your guardian angel. I think so, too. Well, I'm glad you're okay, E. Things looked scary there for a bit. Yeah. Mary Elizabeth told me what happened. and how you found me and got Isaac arrested. Yes, about that poor man. The sheriff called. Something happened while you were away. Ah, war ja klar. Dafür kommst du aber nicht in den Himmel, mein Freund. Willkommen zurück, son. Ah, ha, ha, ha. Der ist makaber. Guess he finally grew a conscience. I can't help but feel bad for him, despite what he did to me. In a way, he was a victim, too. At least we stopped him from hurting any more people. So, I guess this really is goodbye. A stupid part of me thought that if I would find the truth, I could be close to him again. It's not stupid. We all look for love in the strangest of places. It's an inseparable part of human nature. Jeez, when did you become so philosophical, E? I told you. I feel different. Yeah, me too. Do you think any of it was real? I don't know, E, but I hope we managed to stop it. Once and for all. You know, despite everything, I think we made a half-decent team. Really? You do? Well, except for the part where you got yourself kidnapped. Try not to do that next time, okay? Wait, there'll be a next time? Oh, das hoffe ich doch. Das schreit doch nach einem zweiten Spiel. Mann, das schreit doch nach einem zweiten Spiel. Auf jeden Fall. Ah, das war Kathy Rain. Schön. Oh, richtig cool. Ein sehr geiles Spiel. Richtig geil. Was war echt? Was war Fantasie, ne? Also hier. Ja. Der Kampf mit sich selber. Sehr cool. Das Spiel werde ich jetzt erstmal im Kopf nochmal sacken lassen. Richtig nice. Oh, das hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns bestimmt bei einem anderen neuen Projekt wieder. Und ich lasse das hier jetzt auslaufen. Ich bin müde. Ich muss das erstmal sacken lassen. Das war richtig klasse. Ein super Spiel. Also. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018